willkommen zurück zu einer neuen folge terraria heute in folge 31 haben wir uns vorgenommen den ersten hardmode boss zu erledigen erledigen und dafür habe ich hier schon mal eine winzig kleine naja nennen wir es mal arena gebaut und in der zwischenzeit auch ein paar mumien und pixies und einhörner und so weiter erledigt und da mittlerweile schon eine ganze ecke von und ja es ist bereits nacht das heißt wir können den heini beschwören ich lege noch mal ein paar fackeln aus sehen noch mal kurz aufräumen auf jetzt auf mich zu schießen ihre säcke komische kleine mini pilz ufos so zeit den boss zu beschwören auf geht's destroyer da ist er ja der ist ja ganz schön groß alter sekunde sei nicht so krass eins so auf auf mich zu schießen du sack das ist ja richtig übel nein er hat mich glatt gehauen ok das war ein bisschen hart noch ja naja gut dann stellen wir das erstmal für später an der hat uns ziemlich hart auseinander genommen na gut macht ja nichts ok dann gehen wir mal die sachen durch die wir neu haben die ich aufs screen gekriegt habe und zwar droppen irgendwelche ich glaube die pixies droppen die brisk fast clock immunity to slow wenn wir die ausrüsten dann haben wir ein paar light shards von den mumien gekriegt naja pixie das kennen wir ja schon was ist denn noch neu wir haben noch den revolver gekauft vom traveling merchant der 22 range damage keine ahnung ich habe ihn einfach mal gekauft der vollständigkeit halber so dann würde ich sagen das können wir jetzt alles schön einsortieren hier na komm her schweinchen oh nein wir haben keine mannys mehr oder die mannys sind schon wieder komisch unsortiert so 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 und ich brauche ich auch nicht dich nicht was machst du hier hä wie sagen wir so viel holz das ist ja seltsam so so die fast clock ist irgendwie equipment würde ich sagen so tun wir mal hier hin dann haben wir noch die ranged weapon revolver und dann naja wenn wir denn zu schwach für den boss sind dann müssen wir noch ein bisschen trainieren das war gutes training und zwar erzähl doch mal guide i heard there was a powerful wizard who lives in these parts make sure to keep an eye out for him next time you go underground ok crimson alter souls powerful wizard wir gehen jetzt auf die suche nach dem powerful wizard übrigens falls sich jemand gemerkt hat wir haben ein mumien outfit an das haben die mumien mir gedroppt also wir haben schon über 100 von diesen light mummies gekillt und die haben dann über die zeit auch mal dieses outfit gedroppt ich trage das jetzt einfach mal weil es neu ist und irgendwie ja neu ist so dann wenn wir jetzt besuchen an diesen typen naja dann pass auf brauchen wir nicht brauchen wir nicht nö 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 doch wir wollen nur wissen wie tief wir sind und was für rare creatures nebenan sind auch schon wieder fallen ausgelöst hier frechheit was ist das denn ein icker sticker cool oh soul of night sweet ok wir kriegen hier also eventuell ein paar souls was willst du denn alter wie weit ist denn das crimson schon gespreadet das ist ja richtig hart der icker sticker pinkelt auf uns was bist du ich hatte mich schon mal oder ja floaty gross Mann icker sticker hör auf mich an zu pinkeln da sind noch souls die will ich eigentlich haben oh Gott oh Gott du miese sau fieser icker sticker der ist übel mit seinen komischen shots da die sind ein bisschen hart na gut egal gleich noch ein versuch so souls und icker können wir gebrauchen einfach mal irgendwie hier runter rennen ja doch bisschen mehr licht wäre schon nice ne ich setze mir mal diesen helm hier auf so dann sind wir zwar nicht ganz so krass mit unserer defense alter was schon wieder down gemacht Hilfe dann sollten wir vielleicht erstmal zu caitlin und uns heilen lassen das ist hart wir brauchen doch nur den vizat wie hart kann das sein den vizat zu finden ist natürlich krass das schon alles gecrimson ist hier unten naja gut was bist du denn skeletton archer keine seltenen kreaturen in der nähe komm schon wie zart du musst spornen ha du bist free hard mode du bist easy aber der zoll ist gedroppt die brauche ich obwohl soul of night wohl relativ easy zu kriegen ist aber da ist schon wieder ein ecker sticker und die lasse ich mich nicht nochmal anpinkeln der bound wizard ist in der nähe aber wo kein kacke wo ist er jetzt irgendwo hier komm schon sei hier irgendwo ich dödel warum habe ich denn schon wieder keine hunter potion mitgenommen wie kann ich denn jetzt vernünftig licht machen hier ah ist er das da ist er ja wizard thanks for saving me friend this bondage was starting to change wir shoppen bei ihm was können wir kaufen crystal ball kaufen wir ice rod kaufen wir bell kaufen wir hub kaufen wir spell tome kaufen wir music box kaufen wir empty droppers kaufen wir und heimwärts einmal alles gekauft können wir uns später angucken was das ist he 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 quick stack nice wer bin gefunden oh yeah ehm dann können wir doch ehm so wir können doch nochmal angel gehen sawork was slain jティ ja sorry dude würdest da einziehen können nicht meine schuld oder das haus ist doch da oben dat sieht mü sehr suitable aus da kommt dann gehen wir noch mal schnell angeln was gibt es denn sky lakes alles klar easy mac peasy na wir wollen hoch solange uns keine wyvern nervt was ist mit den money's los da sollt ihr liegen so angel haben wir und dann unser schönes angehört wird anziehen guck mal her warum ich fragen wir als erstes doch nicht na gut dann gehen wir uns die belohnung abholen flap 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 na komm her johnny gibt uns was richtig geiles das ist doch nichts richtig geiles man so dir verkaufen wir jetzt unsere guten fischinger ort das kriegen wir nicht so viel so ist auch nicht so viel alter diesen ja die souls sind ja gar nichts wert das ist ja krass alles hier wertloser scheiß außer die die alle die nicht dieser die was fährt wo ist eigentlich der der wie zart ist da hallo wie zart art dune i once tried to bring an angel statue to life it didn't do anything jetzt können roma gucken crystal ball can be placed eisrott macht 28 magic damage ist nicht mal ein material na ja okay egal aber sammeln so block of ice cool greater mana portion restores turn okay ja bell ist material mit harps material material can be enchanted da können wir glaube ich diese golden shower und sowas draus bauen damit wir sowas wie ikka machen können ikka sticker music box has a chance to record songs aha und empty dropper material alles klar das gucken wir uns in ruhe mal an schön dass du da bist acht nun dann wollen wir uns das alles anschauen jacob erzähl mal crafting was gönnen wir denn kraft in aus einem empty dropper magic sand dropper can be placed magic water dropper magic lava dropper okay keine ahnung keine ahnung was das ist music box equipable has a chance to record songs verstehe ich noch nicht so ganz spell turm daraus können wir bauen gold shower mit ikka und soul of night das ist doch gar nicht so schlecht cursed flame dafür bräuchten wir jetzt noch cursed flame weiß ich nicht wo wir die herkriegen und hier bräuchten wir crystal shards für weiß ich auch nicht wo wir die herkriegen summons rapid fire crystal shards summons unholy fireballs sprays the shower of ikka decreases targets defense das ist eigentlich nicht schlecht der deadly eisrott der ist ja bam 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 eigentlich nicht schlecht da kann man bestimmt auch ganz gut damage mitmachen bell das war doch das was ich unbedingt haben wollte bell pixie dust soul of light und soul of sight oh shit wir brauchen soul of sight und soul of light wo kriegen wir die her naja so fairy bell summons a magical fairy ich glaube das ist nämlich ein light pad was schnell fliegen kann und das heißt dann bräuchten wir unseren lichthelm nicht mehr wenn wir den kollegen hätten magick magick harps 32 magic damage harps crystal shards soul of night soul of sight the essence of omniscient watchers was ist denn ein omniscient watcher was weiß ich denn wesig doch nett So, aber Sekunde einmal, ich muss mal kurz aus dem Spiel rausklicken, Verzeihung. Ich suche einmal kurz nach der Crafting Station, wo die hin muss, denn... Also, der Crystal Ball ist eine Crafting Station und ich weiß gerade nicht, wo der hin muss. Ich müsste das einmal ganz quick nachschauen. So, der Crystal Ball, ah ja, okay, da bin ich wieder so. Der kommt hier drauf. Bottle, Bottle, weg. Crystal Ball, Ruff. Knacks, und dann können wir richtig geile Sachen kraften. Machen wir jetzt auch gleich mal. Erstmal unsere Money's wegbringen. Money's. Dann die Angel, die kann auch weggebracht werden. So, und dann wollen wir erstmal Zeug wegstecken. Mal quick was wegstecken. Ups, ich habe ganz vergessen, mein Running Stuff abzuholen. So, dann wollen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Euch wollen wir mal haben. Und dann bist du, bist eine Wanged Weapon. Ich glaube, dich behalte ich erstmal für eine Weile. So, Material, Music Box, Equippable, has a chance to record songs. Keine Ahnung. Vielleicht probieren wir das mal aus. Äh, dann der Rest des Materials. Material. Nein, du bist doch Erze und Wachen. Entschuldigung, falsche Truhe. Hey, hey, hey. So, zack, 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 zack. Haben wir die Truhe auch voll. Sehr schön. Soul of Flight, Soul of Night. Ich brauche noch Sight und Light. Wo kriege ich die her, verdammt? Pixie Dust haben wir schon richtig, richtig viel. Gold Dust, okay. Nice. Los. Oh, da. Nein, 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 nein. Können wir daraus nicht auch was richtig heftiges craften? Mit den Souls of Bla und Bloop. Immer braucht man für alle Souls Gemeinheit. Genau den hier meine ich, den Optik Stuff. 30 Summon Damage, weil wir haben ja gerade 21 Summon Damage, das heißt, der wäre schon besser. Summons Twins to fight for you. Brauchen wir Hallowed Bar. Weiß ich nicht, wie wir das kriegen. Soul of Sight. Und Lens und Black Lens. Das heißt, Soul of Sight und Hallowed Bar bräuchten wir noch. Dann könnten wir uns den bauen. Das wäre doch nice. So. Aber wir wollen noch was kurz, kurz was kraften. Ne, erstmal will ich mir meine Sachen wieder anziehen. Ich fühle mich total komisch. So. Jetzt sind wir wieder voll richtig einsatzbereit. Und zwar können wir am Crystal Ball aus Holzpfeilen, und zwar aus 3.996 Wooden Arrows können wir den Endless Quiver machen. Dann haben wir unendlich Pfeile. Und aus genau der gleichen Menge Musket Balls können wir den Endless Musket Pouch machen. Dann haben wir unendlich Ammo damit. Das ist richtig nice. Die können wir einfach mal mithaben, dann werden wir dann irgendwie mal... Boah, wir können jetzt doch mal hier... Es gibt doch diese heftige Waffe, oder nicht? Die man kaufen kann. Hier, von dir. Jamal. Der Mini Shark. Der ist doch insanely fast. Den will ich jetzt mal haben. Achievement complete. Awesome. Wo ist es denn? Completely awesome. Obtain a Mini Shark. Haben wir. Kein Ding. Mini Shark. Easy peasy. Oh, das ist ein Lazy Mini Shark. Das ist doch gemein. Minus 12% Speed. Ne, den müssen wir reforgen. Da geht es doch gerade um Speed bei diesem Vieh. Ne, wir können... Warte mal. Ha! Der ist doch Material. Den können wir einfach recraften. Jacob, hilf mir mal. Wie krafte ich daraus was? Da kann ich mit Meteorite Bar, Stern und Mini Shark kann ich die Star Cannon machen. Die schießt vorne. 61 Range Damage gegenüber. 6 Range Damage. Alter. 27 Range Damage. Alter. Das müssen wir uns bauen. Mini Shark. Illegal Gun Parts. Shark Fin. Soul of Might. Die Essence of the Destroyer. Ja, das werden wir wohl erstmal nicht kriegen. Naja, was kostet denn einmal reforgen? Wir werden es ja wohl mal gönnen, oder? Nord. Ich würde gerne reforgen. Mein Lazy Mini Shark. Was kostet das? 9 Gold. Gib ihm. 17% mehr Schaden und 5% mehr Critical. Das ist ja wohl mal ein bisschen besser, ne? So. Was kann der denn jetzt? Wir haben einen Schuss. Ich brauche einen Gegner, an dem ich das testen kann. Wenn der jetzt noch krass mehr Damage machen würde, wäre das doch richtig hart. Und der macht Licht, ist doch auch nicht so schlecht. Ey, jetzt kommt kein scheiß Gegner hier, ey. Ich werde bekloppt. Da höre ich doch schon was. Okay, dem schaden wir ungefähr fast gar nicht. Aber er kann halt auch nichts machen, weil wir ihn einfach die ganze Zeit wegballern. Alter, was schießt er auf uns? Was ist das? Ein Eisgolem. Wir bashen jetzt noch den Eisgolem weg hier. Ich dachte, der hat 4000 Leben. Das wird eine Weile dauern. Lul. Ich mache die Folge jetzt länger, damit wir den Eisgolem wegfaschen können. Der sieht heftig aus. Man sieht ihn kaum, weil hier mega der Schneesturm ist. Ah, geil. Kann ich auch stattdessen... Kann ich jetzt stattdessen vielleicht auch den Dings nehmen? Warte mal, Golem, du bleibst hier. Ich will meine KO-Cannon benutzen. Komm her. Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Guck mal, da kriegen wir ja wohl ein bisschen schneller den Damage gedrückt. Alter, dann wird er richtig leicht. Der wird richtig leicht. Guckt euch das an. Bam, 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 bam. Gleich muss er dauern. Und tschüss, heftiger Eisgolem. Frostcore hat er gedroppt. Was ist denn wohl ein Frostcore? Ich will ja mal sehen. Diesen Blizzard sieht man echt nicht so richtig gut, ne? Heftig. Frostcore. Ja, also der Mini-Shark ist definitiv viel zu schwach. Aber das macht nichts, den können wir ja upgraden. Aber er ist trotzdem nicht sinnlos. Flying Fishbanner. Frostcore. Was können wir damit machen? Wir können die Frostrüstung daraus machen, okay? Aus Titanbarren. 10, 20 und 13. Alter. Aus Titan oder Adamantit. Also 10, 20 und 13 sind 30, 43. Was hast du? 23, 38, 49. Du bist also besser. Ne? 10, 30, 43. Movement Speed und Melee Speed increased. Okay, ist halt für Melee gut, aber der hier doch auch. Melee Damage, Critical Strike Chance, increased Melee Speed. Damage, Critical Strike Chance, Melee Damage, increased... Ja. Not brauchen wir nicht. Frostcore hat doof. Dann bräuchten wir aber wie viel? Ein für jedes Stück von dem Set. Naja, wir können ja mal gucken. Vielleicht bauen wir uns das, wenn wir noch zwei von diesen Typen gebasht haben. Geil. Also mit der K.O. Cannon war das ja gerade überhaupt kein Thema. Und ich würde dann sagen... Ich würde behaupten, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann, äh... Was machen wir denn dann? Wie werden wir denn jetzt... Ah, guide, was sollen wir denn machen? Wenn ich jetzt solche Altare smashen, kann ich machen. Make sure this to smash any crimson. Souls can sometimes be gathered from fallen creatures in places of extreme light or dark. Wo ist denn extreme light? Brauchen Souls und müssen Altare smashen. Dann smashen wir in der nächsten Folge mal ein, zwei Altare oder drei. Und dann schauen wir mal, was da so geht. Also bis dahin. Ciao.